hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von dragonball kakerot sehr nice dass ihr wieder mit dabei seid hier bei diesem display und ja heute geht es weiter herzlich willkommen wie gesagt wir stehen ja kurz vor dem kampf gegen den guten alten cell aber bevor wir da rein gehen logischerweise werden wir oder können wir oder wollen wir erstmal alle nebencrest wieder mal machen so dass sie perfekt vorbereitet kann man sagen gegen cell herangehen denn wir haben einige gesammelt die wir jetzt machen können wir haben die hier die hier die hier die hier immer ja immer fast okay die drei sind gleich vom level her aber das ist 47 deswegen gehen wir mal was das oder bei muten roshi und schau mal was der alte mann von uns will mehr oder weniger ja schauen wir mal und ja ich hab mega bock hat das game wieder ich hab ja ein bisschen pause gemacht und ja heute ist das ziel dass wir zumindest mal die zell saga oder android oder tiebox argumenten werden hier in dieser session zumindest mal welche spiele jetzt heute und ja mal gucken ob das ob uns das gelingt und ja schauen wir noch ein paar trainings missionen die wir leider noch nicht machen können weil wir sind glaube ich welches level noch mal ich weiß gar nicht mehr level 46 okay fast fast 50 okay dann passt es ja nicht fast okay das reingehen reden wir mal mit muten roshi oder muten roshi und schau mal was er wie gesagt von uns will okay ich lese mal wieder vor ein bisschen oder das ist wirklich ein bisschen besser war oder ich denke mir schon Welches Training hast du denn in letzter Zeit absolviert? Kralin, Milchlieferungen in einer Schildkrötenpanzer? Das Land mit bloßen Händen bestellen? Nein, keine Schildkrötenpanzer für mich. Kralin könnte mittlerweile bestimmt problemlos mit einem 50 Kilo Schildkrötenpanzer klarkommen. Mann, das weckt Erinnerungen. Es hat Spaß gemacht, mit dir für das Weltturnier zu trainieren. Ja, das war legendär. Oh ja, tja, wie ist diesen Cheki-Chun Typen wohl geht, gegen den wir gekämpft haben? Er war damals schon ziemlich alt, also wer weiß. Ja, Entschuldigung, dass ich alt bin. Hä, wir haben nicht von dir geredet, Munroshi. Ja, stimmt, Cheki-Chun, halt kleiner Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler für die, die mal klasse gucken. Ist halt ist halt Munroshi, ne? Roshi wahrscheinlich, Munroshi. Ja, Cheki-Chun glaube ich, das war das. Ähm, oh genau. Da habe ich wohl was falsch verstanden. Ich weiß auch noch, wie ich gegen dich beim Turnier gekämpft habe, Son Goku. Das war ein ziemlich hitziges Match. Das war's in der Tat. Warum kämpft ihr nicht jetzt gegeneinander? Haha. Bist ihr verrückt? Son Goku würde mich fertig machen. Ich interessiere mich nicht für den Sieger und Verlierer. Ich will nur sehen, wie sehr ihr euch verbessert habt. Und, Son Goku, kennst du gegen Krillin? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Why not? Ein Super-Syjourn gegen Krillin. Ey, was kann da schief gehen? Haha. Hey, klingt gut. Ich habe schon länger Lust drauf, gegen ihn zu kämpfen. Okay, dann mal los. Aber halt dich bei mir wenigstens ein bisschen zurück, okay? Ja, mal gucken. Theoretisch würde das chillig werden, aber mal gucken. Ich glaube, überall. Adem wir auch nicht ordentlich leben, aber was? Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin. Hier gehen wir hin, hoffentlich. Nice. Sehr schön. Das gefällt mir schon mal gut. Ja, was Krillin, Leute. Sollten wir hinkriegen, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Quest ist. Also, ob das jetzt die Quest allgemein ist oder danach noch was kommt. Ich kann mir schon vorstellen, aber ich weiß nicht mehr genau, aber ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass danach noch was kommt. Ähm, ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wenn wir nicht leben, also bekommen gut Damage eigentlich von ihnen. Wie gesagt, nichts zu unterschätzen, weil es Krillin ist, ne? Gerade, weil es ein Game ist. Aber, nee, wegen Willen, das sieht gut aus. Das sieht doch sehr, sehr schön aus. GG, oder? Nee, noch nicht gleich. Einschlag noch oder zwei. Nice. Idee, cool. Das war sehr erfolgreich. Bekommt ordentlich IP dafür. Ist wahrscheinlich kein Level ab, oder? Nee, noch nicht. Okay, das reicht. Sehr beeindruckend von euch beiden. Ihr habt es soweit gebracht. Das macht einen alten Meister glücklich, solche großartigen Schüler zu haben. Wirklich? So war... Sowas macht dich glücklich? Selbstverständlich. Hm, vielleicht sollte ich irgendwann auch mal einen Schüler annehmen. So könnte ich ihn trainieren und gegen ihn kämpfen, wenn er bereit ist. Klingt, als würde es dir eher darum gehen, gegen deinen Schüler zu kämpfen, als ihm zu helfen. Ja, vielleicht ein bisschen. Naja, wer auch immer bei dir trainieren würde, müsste irrsinnig stark sein, um es mit dir aufnehmen zu können. Ja. Wenn man Schüler annimmt, muss man ihnen mehr beibringen, als nur zu kämpfen. Sie müssen auch manieren und Disziplin erlernen. Ein Kampfkünstler ist nur der Körper, den er für den Kampf nutzt. Ja, mit solchen Sachen habe ich es nicht so... Nice, das war schon cool. Das war eine schnelle Crash. Eine coole, schnelle Crash. Bekommen wir, ja, ordentlich EP für. Okay, nice. GG, das war doch cool. Level Up für Son Goa zumindest mal. Ist doch nice. Äh, okay, dann schauen wir mal weiter. Sorry. Die nächste Crash ist hier. Bei Pilaf ist es, glaube ich. Ja, Pilaf. Leute, keine Zeit verlieren, wir gehen direkt hin. Shit, das wollte ich nicht, aber können wir auch mal aufmachen. Weil, wir haben hier einige Sachen wieder freigeschaltet, deswegen cool. Okay, so weit, so gut. Dann, wo könnte Pilaf sein? Hier, vielleicht? Hier nicht. Hier nicht. Hier ist die Maincrest. Da könnte ja sein. Ist doch nicht egal, was wir machen. Also, welche Reihenfolge. Denke ich. Aber gehen wir jetzt mal hier hin und schauen mal, wer hier auf uns wartet. Ah, okay, sie. Das will ich nicht, weil 46, äh, 47, glaube ich. Das will ich, glaube ich, später machen. Also zuletzt. Wo ich glaube, wir werden es auch so schaffen. Wir hätten es so geschafft, logischerweise, aber trotzdem. Machen wir das mal am Ende aller Nebenquest. Hä? Ne, sie ist auch hier. Okay, ja komm, dann lass das jetzt machen. Ist ja, ist eigentlich egal, wie gesagt, ne? Wir werden es ja so oder so schaffen. Betreiben wir es mal nicht. Ich war zum Gohan, betreibt komplett. Das ist ja alles. So Gohan, chill. So Gohan, chill. Ey, 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 ey. Guck mal, als du Gohan. Ein Problem, glaube ich. Okay, let's go. Hey, war da drin, Baba. Hm, wer bist, wer bist? Moment mal, bist du zum Go-Go? Ja, ich weiß, ich sehe anders aus, aber ich bin zum Go-Go. Das findest du schnell... Das hast du schnell rausgefunden. Ich habe noch mehr rausgefunden. Ich weiß, warum du hier bist. Wirklich? Du wirst mich bitten, jemanden starken für dich zu finden, oder? Baza-Grenbaba müsste wissen, wo du einen guten Trainingspartner finden kannst. Sprich mit dir. Hm? Woher wusstest du das? Kannst du auch Gedanken lesen? Ich muss keine Gedanken lesen können, um das zu wissen. Wirklich? Kannst du mir dann sagen, ob jemand starkes in der Nähe ist? Hast du Geld dabei? Ja, nicht wirklich. Na schön. Ich könnte dich ja sowieso nicht abweisen. Ich mache es kostenlos. Und glaubt mich, die meisten Leute geben ein Vermögen aus, damit ich ihnen helfe. Mal sehen. Ah ja, na, 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 na bitte. Den, den du suchst, findest du hier. Okay, cool. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Ich habe aber die Quest damals gemacht. Das weiß ich noch. Großartig. Danke vielmals, Vasa-Grenbaba. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer das ist. Dieser Gegner ist zwar stark, aber wahrscheinlich irgendein Bösewicht. Auf einen Grobian wie ihnen wurde bestimmt ein Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du ihn erledigst, sag Bescheid. Ich akzeptiere das Kopfgeld als Bezahlung. Ach, jetzt ist also doch nicht mehr kostenlos. Und die Dienste sind nie kostenlos. Okay. Bin ich mehr gespannt, wer das ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, wie das sein könnte. Ähm. Aber okay, es sind drei Gegner wahrscheinlich. Erstmal hier. Okay, gehen wir erstmal da hin. Dann da, dann da. Und schauen wir mal Leute, wer da auf uns warten wird. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich wir random Gegner, oder? Hoffentlich nicht. Hoffentlich ein bisschen das Spannenderes. Interessanteres, besser gesagt. Aber wir werden sie jetzt sehen. Und was sind das Leute? Okay, so Standardgegner. Okay, gut. Schade. Okay. Leute, chillig werden dann nicht. Guck mal, wir werden es heilen können, ne? Ja, wir werden es heilen können. Oder müssen sogar. Schade. Das war, das war nicht so, schlau, aber das kriegen wir hin. Weil so stark sind sie nicht. Ihr seht es ja selber. So stark sind sie jetzt nicht, dass das eine große Challenge wird, denke ich. Alles cool. Oh shit. Nicht getroffen. Okay, jetzt sind sie nicht leichtsinnig werden. Gut, mal heilen. Ja, chill, chill ein bisschen. Das ist doch die letzten Besiege und dann nice, TG. Ah, okay, wir können nicht. Ah, chill. Okay, die sind nicht einfach. Also, die sind nicht schwierig, aber so ein bisschen nervig. Wissen Sie, wie ich meine? Die sind halt so ein bisschen nervig. Irgendwie. Ja, cool. Wir haben es geschafft. Die erste Gegnergruppe wurde erfolgreich niedergeschlagen, würde ich sagen. Perfekt. So, weiter geht's. Wo war das? Hier, wer? Ah, gehen wir erst mal hier hin. Ein bisschen näher dran. Na, Kollegen? Alle sind sie pink oder lila, besser gesagt. Nee, eher lila. Also, bläutig auch. Keine Ahnung, wo das ist. Ist auch egal. So, Lesko und Masenko. Wir haben leider keine KI mehr. Aber, wie ich immer wieder sage, aktuell spiele ich ja Dragon Ball Thunder Force 2 wieder. Grinder wird ja in Silent Jhin. Hoch, ein bisschen, weil mein anderer Charakter leider weg ist. Ähm, weil ich von Playstation 4 und Playstation 5 gezockt habe und dann mein Spielstand nicht mehr normal oder es ging nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich einfach neu begonnen, das wollte ich sowieso machen. Ähm, und ich finde es immer faszinierend, wie anders die Steuerung sein kann zwischen die beiden Games, obwohl das Gameplay eigentlich relativ ähnlich ist. Äh, aber ich muss sagen, die Steuerung habe ich glaube ich schon tausendmal erwähnt, glaube ich. Und ich bin sehr vergesslich. Haha. Äh, die Steuerung hier bei Dragon Ball Kakarot ist für mich um einiges besser, definitiv. Viel, ähm, ja, viel verständlicher, finde ich. Wünsche mir, wenn es ein Sinus 3 geben sollte, irgendwann, hoffe ich, dass das dann so wie hier ist, die Steuerung mal, dass sie das einfach übernimmt von Kakarot, weil Kakarot einfach vieles besser macht in der Hinsicht, finde ich. Ähm, ja, das würde ich schon ganz gut finden. So, wir sind schon fast rippt, das heißt, wir müssen uns, glaube ich, gegebenenfalls vor dem letzten Kampf hier bei der Quest nochmal kurz heal ihm am Lagerfeuer, das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. So, wo sind sie? Äh, der letzte Gegner war, glaube ich, hier in die Richtung, das heißt, wir sollten, komm, kurz mal da vorbeigehen bei der Insel und dann, ähm, ja, dann müssen wir dann, dann gehen wir zur letzten Kampf. So, Leute, es läuft gut, aber es läuft gut. Ich weiß, für die meisten ist das jetzt nicht so spannend, äh, wenn man hier die ganzen Nebenquests und so weiter macht. Ich hoffe aber, dass es nicht so schlimm für euch ist und für die meisten ganz cool ist. Dann haben wir gechillt, ähm, ja, gechillt, schön die Sidequests machen und so weiter, ne, ein bisschen reden und so weiter. Ähm, finde ich eigentlich persönlich immer ganz angenehm. Ähm, und ich hoffe, dass es für euch auch ganz angenehm ist und ihr euch nicht zu genervt von seid. Ähm, ja, schreibt mir gerne das mal in die Kommentare, wie ihr das empfindet. Würde mich mal interessieren. Würde mich mal interessieren. dann, so macht das mal gerne. Weil ich finde es trotzdem mal wichtig, Nebenquests und weiter. Ich liebe es ja zu leveln in jedem Game und ey, wenn wir XP bekommen können, dann will ich natürlich alle mitnehmen, die, die gehen, weil die Nebenquests geben natürlich nicht nur XP, natürlich auch gut andere Items, die wir, ähm, natürlich alle mitnehmen wollen und ich bin halt so ein Grinder so ein bisschen in den Games. Ich mach gern alles, was geht, wenn es möglich ist, ne? Und hier bei Kakarot ist das definitiv möglich und auch bei so Rollenspielen und so weiter, oder, ne? MMOs zum Beispiel mach ich auch mal erst alle Nebenquests und so weiter. Ähm, ja, ist mein Ding einfach, dass ich immer alles mach irgendwie. Naja. Ich hab jetzt nichts geskippt. Wir haben es geschafft, aber die Crest zumindest mal noch nicht. Wir müssen jetzt nur abgeben. Bin mir nicht sicher, ob danach noch was kommt. Ich glaube nicht. Und, ja, dann haben wir die Main, oder die Sidecrest, besser gesagt, jetzt auch schon mal fertig. hinter uns und bekommen einige schöne E-E-P oder E-X-P wie ihr wollt, Leute. Erfahrungspunkte. Du hast es also geschafft? Ja, aber ich habe immer noch Lust auf einen Kampf. Ja, naja, du könntest auch sterben und dich ins Jenseits begeben. Du kannst, da kannst du so viel kämpfen, wie du willst. Tja, also das wäre super. Aber das Essen in dieser Welt schmeckt besser. Außerdem wäre Chichi ziemlich sauer, wenn ich sterben würde, also bleibe ich hier. Das versteht sich eigentlich von selbst, aber du bist wirklich seltsam. Wahrscheinlich brauchst du die Welt, aber letztendlich genau diese Art von Retter. Okay, nice, das war das coole und das war das coole, ey, bisher zwei coole Nebencrasts, sehr, sehr chillig. Sowas sehe ich immer gerne. Sowas sehe ich immer gerne. Und wir haben sie bekommen, krass. Das heißt, Leute, wir müssen den Ball mal wieder gucken, wo wir sie reintun müssen. Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile, ne? Ihr kennt das Spiel ja mittlerweile. So, schauen wir mal in das Community Board, wo die gute Barber denn reingehört. Ähm, Ja, lasst mich gucken, Leute, lasst mich gucken. Ihr seht es leider jetzt nicht, ich kann es nicht einblenden, leider. Aber ich gucke gerade nebenbei nicht wundern, nicht wundern, nicht wundern. Ähm, ah, hier, okay, bei Mut und Roshi. Okay, ich verstehe. Community Board, ja, also, sie ist dann hier. Ungefähr hier, glaube ich, genau hier. Ähm, waren wir die Gute? Hier, perfekt. Nice, cool. Dann haben wir das auch schon mal gemacht. Ähm, können wir die leveln, weil, guck mal, wir sind sehr weit fast auf das nächste Level. 50% Chance auf Raserei. Vielleicht können wir das nochmal mitnehmen, oder? Was war das nochmal hier? Erwachsener Community? Okay. Dann nehmen wir das mal mit, oder? Oder leveln wir sie mal ein bisschen hoch, so weit es geht. Okay, wir haben das Silber bewegt. Komm, einmal noch, oder? Einmal noch. Why not? Haben wir es voll? Und es hat gebraucht. Krass, wir sind leveln, oder Stufe sieben, oder Rang sieben. Krass, wir sind fast zehn hier schon, also wir sind eh, merksam, das ist nicht so schwierig, Leute, aber trotzdem freue ich mich darüber. Haha, trotzdem freue ich mich darüber. Im Endeffekt ist das jetzt nicht eine krasse Challenge, alles auf 10 Uhr zu bekommen. Ist halt nur eine Frage der Zeit, ne? Mehr oder weniger. Also, ja, trotzdem cool. Trotzdem sehr cool. Äh, dann Leute, gehen wir erstmal hier hin, oder? Bevor wir dann hinten gehen. Ah ja, Leute, wir kommen gut voran, die Crest, oder die Side Crest sind sehr, sehr schnell, und sehr, sehr unkompliziert, das freut mich immer sehr, ehrlich gesagt. Sehr chillig, war schon mal falsch. Denn ich muss ja hier lang. Hier, hier, hier haben wir bei Pilaf, der gute Pilaf. Ähm, hier kommen wir jetzt durch, oder? Ich glaube schon. Kommen wir jetzt hier durch? Nein, das ist gar nicht mehr, Leute, wie kann man hier nochmal durch? Das geht doch irgendwie, oder? Ah, hier, Kreis, zerstören. Okay. Weil hier sind immer Items, die will ich gerne mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind, Leute, wisst ihr, wie ich mein? Wenn wir schon mal hier sind, können wir die auch direkt mitnehmen, wisst ihr, wisst ihr, wie ich mein? Nice. Okay. Ready to go. Ready to go für next, für den next Side Crest. Die neue Pilaf-Maschine ist endlich fertig, Zungoku ist also so gut wie tot, zumindest wäre er das, wenn ich die Kapsel finden könnte. Entschuldigung, König Pilaf, also wo könnte, könnten wir jetzt verloren haben? Eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht, oder? Jetzt, jetzt da Zungoku erwachsen ist, ist er auch wesentlich stärker geworden, wir haben keine Chance gegen ihn. Was redest du da? Glaubst du etwa nicht an meine Pilaf-Maschine? Bezeihung. Halt einfach den Mund und finde die Kapsel. Wenn wir die Kapsel gefunden haben, mache ich zum Gokko fertig, dann holen wir uns die Dragon Boys und herrschen über die Welt. Das wirst du tun, wenn du die Welt erobert hast. Was wirst du tun, wenn du die Welt erobert hast? Äh, oh, äh, genau, tja, als erstes, äh, äh, was soll ich denn tun? Ja, König Pilaf, was wirst du dann, wirst du dann tun? Mund halten, okay, das sage ich nicht, das ist ein Geheimnis. Wow, lange nicht gesehen, Leute, was macht ihr hier? Was sollen wir jetzt tun, König Pilaf, der seltsame Typ hat uns belauscht. Seltsame Typ, ist aber nicht nett, oder? Ich bin's, Leute, zum Gokko. Du lügst, zum Gokko, den ich kenne, er hat schwarze Haare, du bist ein Betrüger. Achso, meine Haare sind anders, weil ich ein Super-Zeltchen bin. Ich bin immer noch, ich bin jetzt immer noch, ich schwöre, oh, ich schwör's, also, es klingt wie zum Gokko. Er will wahrscheinlich wie ein Punk aussehen, haha, vielleicht hat er sich unverstanden gefühlt und seine Haare als Zeichen seiner Frustration gefärbt. Hm, Frustration verstehe ich, aber warum die gefärbten Haare? Was sollen wir tun, König Pilaf, er hat ja alles gehört, was wir gerade gesagt haben. Entspannt euch, wir müssen euch einfach cool bleiben und ihn enttäuschen. Okay, tja, also, wir haben eine ziemlich wichtige Kapsel verloren. Und nur damit, dass klar ist, wir haben es, wir haben nichts vor, diese Kapsel zu benutzen, um die Welt zu erobern, okay? Genau. Wir haben überhaupt nichts Schlimmes vor, du glaubst uns doch, oder? Äh, natürlich. Natürlich. Ich glaube euch. Oh Mann. Ich denke, ich könnte euch helfen, eure Kapsel zu finden. War es echt? Das würdest du tun? Oder das würdest du? Na klar, würde ich, würdet ihr, würdet ihr nicht auch das gleich für mich tun? Hast du das gehört? König Pilaf, er hilft uns. Er ist auf jeden Fall ein ziemlich aufrechter Typ. Idioten, was denkt ihr wohl, was denkt ihr wohl passiert, wenn er unsere Kapsel in die Finger bekommt? Wir müssen sie vor ihm finden. Jawohl. Apropos, apropos, apropos Kapsel, wo genommen wir die wohl verloren? Ähm, ich weiß genau, dass wir sie davor noch hatten. Okay, das heißt wohl, wir müssen sie finden, wir haben wieder, wieder eine, eine, Search, Crest, mehr oder weniger. Schauen wir mal, ob wir sie direkt, on the fly, jetzt finden können. Na, hier irgendwo in der Gegend, können wir mal, das hier machen? Ich glaube, das ist ein bisschen besser, oder? Nein? Ein bisschen runter. Danke, danke, danke. Okay, wie war das nochmal? Stimmt so, ne? Weiß nicht mehr Leute, war, war das rote? okay, das, hä? Ne, okay, erst zum Gohan. Verstehe. Erst zum Gohan. Wäre das rote, denke ich. Oder das hier. Ach krass, hier ist wieder so, hier ist wieder so ein, äh, ja, chill ein bisschen. Hier, nein, Steuerung Leute, ihr merkt's, ne? Steuerung, ich muss wieder, ha. Wäre natürlich hier, das haben, das Bild. Es gibt nur eine Möglichkeit, die tief, die tief in Zungoku schlummert, schlummernde Kraft zu wecken und Dämon König Piccolo zu besiegen. Ultraheiliges Wasser, um das ultraheilige Wasser zu erhalten, sturzt zu Goku und Zajirobe tief in eine Höhle am Ende eines Eis, Labyrinths, weit im Norden vor, weit im Norden vor. Nachdem er die Prüfung der Dunkelheit abgeschlossen hat, kann zum Guck erschließt sich das ultraheilige Wasser trinken. Allerdings erweicht sich das Wasser als Gift, das Personen nur dann Kraft verleiht, wenn sie seiner mächtigen Wirkung standhalten können. Ja, okay, cool. Ja, wir haben einfach kurz, äh, Dragon Ball Advanced Adventure durchgespielt für den Game Boy. Könnt ihr euch gerne mal anschauen auf dem YouTube-Challend hier. Äh, da geht's ja komplett die ganze Story durch von Classic, deswegen hab ich das jetzt hier sehr gut drin und weil ich das, äh, gerade natürlich nebenher gucke, ne, teilweise nicht chronologisch halt, ne, immer mal gucke ich rein, so gewisse Folgen, das klappt wunderbar bei Classic, find ich, also bei Dragon Ball Classic kann man immer mal ein paar Folgen gucken, das geht wunderbar, find ich, also, aber das hab ich auch schon oft gesagt, ne, das hab ich ja auch schon oft gesagt, so, wir haben jetzt ganz random, das, die Kapsel gefunden oder das Item, was wir brauchen, einfach so auf nebenbei, cool, also hast du unsere Kapsel gefunden, hier hab ich, ist das die Kapsel, die ihr sucht? Ja, das ist sie, König Pilaf 4, das ist unsere Kapsel für die neue Pilaf Maschine, okay, das war's schon, oder was? Kein Kampf oder so, okay, äh, okay, nice, cool, danke, danke, ja, cool, ich bin, wie gesagt, das ist ein sehr chilliger Quest, das freut mich immer, doch nicht, das geht nochmal weiter, okay, schön zu sehen, dass ihr was, schön zu sehen, dass ihr habt, was ihr gebraucht, okay, ich bin schon mal weg, vielen Dank, du hast wirklich sehr geholfen, okay, wahrscheinlich kommt ihr dann später, die Cress mal wieder, oder? Oder doch nicht, Moment mal, hm, braucht ihr noch was? Bist du blöd, du bist vollkommen auf dem Leiden gegangen, Moment, in der Kapitel befindet sich die ultimative Waffe, die wir brauchen, um dich zu verendlich zu vernichten, Ultimativvie bitte, das ist ein ultra starker Roboter, Moment mal, das heißt, da drin ist was super starkes, gegen das ich kämpfen kann, worauf warten wir denn noch? Was, jetzt König Pilaf, er scheint unbedingt gegen ihn kämpfen zu wollen, hm, das wird nicht lange andauern, aktiviert die neue Pilaf Maschine, hm, okay, ich werde sogar Pilaf Maschinen nennen, los Pilaf Maschine, lösche, zum Guckhaus, okay, dann, äh, let's go, chillig, denke ich mal, chillig, also, was hat er erwartet, wir sind in Super Saiyan Son Goku Leute, was haben die erwartet, was hier cool ist, was wir später sehen werden, was wir später freischalten werden, ich glaube, bei Super Saiyan Blue und so weiter, das ist kein Spoiler, und das wünsche ich mir auch bei Tinoverse, weil ich glaube, das geht nicht, man kann einstellen, mit einem Kampf, oder man kann was freischalten, so, dass man automatisch zu Super Saiyan Blue wird, wenn man ein gewisses Leben verliert, oder so weiter, oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie das ablief, aber das finde ich sehr nice, weil bei Tinoverse muss man sich hier selber verwandeln, immer wieder, und da kann man einstellen, oder was auswählen, wo man sagt, okay, ab diesem Leben, will ich dann zu Super Saiyan Blue werden, automatisch, ähm, das finde ich ganz cool eigentlich, wenn es Tinoverse hätte geben, oder geben würde, äh, dann wäre es mega nice, oh, das hat aber nicht gerade viel Spaß gebracht, König Pilaf, er hat die Maschinen im Handumdringen zerstört, jetzt gibt es nur noch eine Vorgängsweise weglaufen, das werden wir uns merken, äh, was denn, was denn genau, okay, ja, wir haben es geschafft, Leute, kam doch noch ein Kampf, wie gesagt, habe ich mir doch gedacht, und ja, wieder eine schönige Quest, sehr, sehr cool, freut mich, dass das so gut von der Hand geht, aktuell, äh, ja, sehr, sehr cool, so, jetzt haben wir noch eine Quest, Leute, die wir machen können, oder wollen, und, äh, ja, die machen wir jetzt auch, definitiv schnell, zumindest mal noch in dieser Folge, na, gucken, was wir noch machen können, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, äh, um einiges zu machen, denke ich, so, der Kollege ist ja da, den kennen wir ja noch mit Trunks, glaube ich, der wisst ja noch, achte, bist du das, du bist es, ah, wer bist du, was, ach, sorry, ich bin dein Super Saiyan, das hast du, das hast, da hast du mich wohl nicht erkannt, was, ich sehe etwas anders aus, aber ich bin Sengoku, oh, Sengoku, lange nicht gesehen, was machst du denn ganz allein, an einem, an einem solchen Ort, ich sammle Feuerholz, aber normalerweise schaufle ich Schnee, dieser Winter ist ziemlich streng, also ist, ist es gefährlich, rauszugehen, aber mir macht die Kälte nix, deswegen sammle ich Feuerholz, du bist echt nett, Achter, aber ich stecke in Schwierigkeiten, der Computer in meinem Körper spinnt, wenn er heil wäre, könnte ich mehr Feuerholz sammeln, huch, vielleicht bist du einfach nur hungrig, du solltest was essen, nein, das reicht nicht, um mich zu reparieren, kennst du jemanden, der mir helfen könnte, hm, lass mich mal überlegen, chillig oder, Bulma wahrscheinlich, maybe, ja, ich glaube, Bulmas Vater könnte das, na dran, wirklich, tja, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich werde ihn mal fragen, und, was denkst du, hm, also, ich habe noch nie alle erforderlichen Daten, ich habe noch nicht alle erforderlichen Daten, wenn ich ein paar technische Dokumente über ihn hätte, könnte es was werden, Carlin und die anderen haben in Dr. Gerons Labor die Entwürfe von C16, C17 und C18 gefunden, kannst du nicht, kannst du die nicht gebrauchen, C8 wurde nicht nach einem Menschengebau, der ist wie C16, bloß wesentlich älter, ich bin ein sehr alter Cyborg, dann werde ich mich mal zum Labor aufmachen, vielleicht finde ich, finde ich hier da was, oh, danke, Sengoku, sehr gerne, okay, wieder ein bisschen suchen, aber, wie gesagt, es ist nicht so schwierig, wieder nur ein bisschen suchen, und so weiter, dann können wir den mal mitnehmen, nein, ich habe doch gegen geflogen, hä, oh gut, war das nicht geplant, Leute, war nicht schlimm, weil die sind schwach, das ist cool, ich will mich gleich verheilen, hoffentlich sehen wir gleich, auf dem Weg, nochmal kurz ein Lagerfeuer, bevor wir dann hingehen, perfekt, direkt daneben, ähm, ja, dann müssen wir keine magische Bohnen verschwenden, wisst ihr, was ich meine, ist ein bisschen besser, glaube ich, ein bisschen smarter auch, denke ich, kurz ausruhen, das geht ja schnell, dann bin ich voll IP, perfekt, so, Dr. Gero's Labor, war doch hier, ungefähr, und der diesen Schutz scheint, oh, vergiss das, ignoriere mich einfach, okay, hier ist es schon, Mann, was für ein Chaos, der kann, der kann ich ja ewig suchen, vielleicht sollte ich die Sache verschieben, nee, warum, 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 ah, hier, hier liegen Sachen, das ist der Schrott, okay, auch nix, leider, okay, schade, aber alle guten Dinge sind drei Leute, ihr wisst Bescheid, ihr wisst Bescheid, Leute, so, gehen wir mal hoch, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr Übersicht, nichts wollen wir nicht, nein, will ich nicht, hier, okay, ich bin doch verwirrt, wegen Zinnovers, Leute, ihr merkt das selber, ne, ihr merkt das, okay, das war's, hey, was ist das, Alarm, Eindringlinge, was, so, ist das, irgendein, Laborroboter, hi, gebe ich, ich, hier, 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 schlicht die die damit werden die roboter ledig was habe ich da vorhin aufgesammelt mal sehen was da steht die 16 dr geos nach nachempfunden was ist das und was steht auf die andere seite hey volltreffer als jacht ich kann zwar nichts erziffern aber das muss das sein wonach wir suchen ich zeige das lieber dr briefs oh du hast du hast mir die dokumente gebracht oder mitgebracht und kannst du damit 8 reparieren ja müsste ich komm mit c8 ok ich komme jetzt zurück son goko klar doch kumpel ok c8 ist natürlich immer komisch zu sagen c8 kennt man c7 usw c8 ist immer noch komisch zu sagen finde ich sieh dich mal an siehst du schon viel besser aus 8 da ja ich bin so gut wie neu dieser dr geo war wirklich ein genie er hat vor fast 20 jahren schon einen so eindrucksvollen cyborg wie c8 erschaffen aber der doktor hat mir gesagt ich sei ein fehler was soll an dir bitte ein fehler sein er muss da irgendwelche besonderen kriterien für seine schöpfung gehabt haben aber ich bin froh dass ich ein fehler bin sonst wäre wir keine freunde geworden ich freue mich auch dass wir freunde geworden sind achte du musst mir im muskelturm sehr geholfen du hast mir im muskelturm sehr geholfen hier ich bring dich hin ok danke bis danach da tschüss son goko bis bald ok leute das war's das war die letzte quest jetzt die letzte zeit quest das ging gut von hand oder haben wir gut gemacht glaube ich effektiv haben wir level up für son goko das ist sehr schön wir können mal gucken wieder ob wir ein bisschen was upgraden können wahrscheinlich eher nicht aber schauen wir mal hier müssen wir trainieren definitiv bei son gohan können wir auch noch mal gucken wenn wir schon dabei sind ja auch hier müssen wir trainieren viel mit ihnen bevor wir dann weitermachen können cool ok so weit so gut jetzt haben wir alles gemacht oder stimmt jetzt haben wir alles gemacht obwohl du für drei mit son gohan stimmt wir haben jetzt auch noch natürlich quest stimmt die können wir natürlich auch noch machen gleich ok können wir die charakter weg sind ich weiß gar nicht ging das und frei ich kann mir leute wir können nicht zum gohan weg sind das geht nicht geht wahrscheinlich später oder was ich kann jetzt nicht weg sind das heißt wir können jetzt nicht mit zum gohan die quest mache war wahrscheinlich dass sie später oder hoffentlich ok 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 so weit so gut dann würde ich sagen kurz überlegen leute kurz überlegen was wir noch machen können hier wollen wir weitergehen zu der main quest vielleicht trainieren wir mal ein bisschen oder vielleicht können wir das mal trainieren wir haben das auch schon mal gemacht oh man leute ihr merkt das ja ich vergess immer wieder wie ich fliegen kann hier ich vergess immer wieder wie ich fliegen kann hier so dann schauen wir mal leute dann schauen wir mal ja 51 ne wir sind level 780 glaube ich wird schwierig glaube ich glaube ich so gut einiges okay so wollen können wir machen glaube ich aber machen wir so gut ein bisschen so gut könnte wir jetzt schenken kriegen natürlich schwierig wir sehen unser leben ordentlich runter ticken nein mann pico chill doch okay schwieriger als gedacht hätte ich gesagt nein mal die träge von mir hein spierale die hier 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 nein geht nach ja komm wir heilen uns hier noch mal ist dumm Leute wir haben sehr viel Healing jetzt verschwendet definitiv das ist nicht schön aber gut was sollen wir machen wir haben auch nicht gut gekämpft wir haben nicht gut gekämpft jetzt nicht optimal aber ihr wisst nicht ich hasse gehen mehrere Gegner kämpfen das ist meine Schwäche ok wir haben es geschafft aber cool so will ich das nächste machen Gefühl des Marzenko finde ich ganz gut eigentlich ist auch sehr nice das zweite Stück können wir noch machen oder was meint ihr komm oder wir müssen das so oder so machen glaube ich und gefühlt ist Marzenko ist gar nicht so schlecht aber es ist besser als Super Marzenko ich weiß gar nicht ich hätte mich heilen sollen oder ich hätte mich heilen sollen glaube ich das war nicht so clever glaube ich ich bin 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 Ja, die beiden Piccolos sind immer sehr, sehr stark, finde ich. Die macht schon ordentlich Trouble und das ist nicht gut, das, ja gut. Oh mein Gott, Leute, das kann nicht sein. Komm, Magischabone nochmal, ist so schlecht, ich weiß. Ist sehr, sehr schlecht von mir. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist halt der Schlechte, die Gegner, die eigentlich weit unter unserem Level sind, deswegen, das ist echt dumm. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Die Höldspirale ballert auch rein, die Höldspirale ballert aber auch rein. Was man schon sagen, die ist heftig. Nein, ich will doch schneller, Mann, ich will doch schneller. Okay, das war nicht optimal, ich weiß. Aber gut, wir haben es geschafft, egal. So, jetzt können wir wieder ein bisschen was upgraden bei Song Go on. Achso, stimmt ja, er macht es automatisch. Aber ich glaube, ich will die gefühlte Marcianko mal reintun bei ihnen, weil die finde ich ganz gut eigentlich. Und ich will, glaube ich, das Kamiha mit reinnehmen, definitiv. Ähm, Super Marcianko hier und, glaube ich, kommen wir mal Marcianko. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sind ready für die Mainquest, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Äh, dann geht es weiter mit der Story, äh, gegen Cell, mit Genlarmich. Äh, mal gucken, ob wir gleich, oder in der nächsten Folge, komplett Cell spielen können. Ich denke nicht. Äh, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es jetzt ins Finale, mehr oder weniger. Mit Kids und Go on, oder Team Go on, besser gesagt. Und so weiter. Äh, beginnen wir jetzt die Cell-Spiele und schauen mal, wie es läuft, Leute, da. Auf jeden Fall, danke wieder fürs Dabeisein, sehr, sehr nett, wirklich. Mir wäre sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst gerne mal, wie ich mal so gerne sage, ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich sage schon mal, danke, Leute, oder abonniert diesen Channel, wenn es euch gefallen hat. Und auch da sage ich schon mal, danke an alle, die das gemacht haben, oder machen werden, oder machen wollen. Leute, vielen Dank. Ähm, wirklich, 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 danke, danke, danke. Und, ja, euch noch einen sehr schönen Tag. Ich hoffe, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Äh, egal bei welchem Let's Pellet ihr seid, schaut einfach rein, was ich hier so mache. Äh, ja Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, macht's gut.